Herr Saffel, ich möchte mich erst einmal bedanken für dein Auftrag und Ihnen diese Blume überreichen. Oh, vielen Dank, ja. Diese Blume, sagen Sie, Herr Blume, dass es nach Spanien geht und es also schöne Ziele und interessante Städte zu sehen gibt. Und da wird es ja auch die Farbe durchhalten. Und die Blume soll sich daran erinnern, dass sie ihr schönes Heim haben. Es hat uns Spaß gemacht, den Auftrag zu übernehmen. Es ist ja ungewöhnlich, dass man auch ein paar Jahre Möbel einlagert, damit der Inhaber aufs Boot geht und dann noch ein bisschen gespannt ist. Aber es macht uns dann eine Vergnügigkeit und uns auch dann die Möbelordnungsgesellschaft zurückziehen. Okay, vielen Dank nochmal. Ja, okay. Alles.